Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz besonderes. Ganz besonders, weil wir dürfen heute die neue Zilda-Kollektion vorstellen. Hibernation heißt sie. Winterschlaf auf Deutsch und so sieht sie auch aus. Wir versinken jetzt von den heißen Temperaturen in die ersten kühlen Nächte so langsam in den Winterschlaf. Nein, das sind ganz, ganz gemütliche Farben mit auch wirklich richtig tollen Drucken. Und der Name ist hier absolut Programm. Wir haben wie immer vier verschiedene Farbthemen. Einmal das rote, das grüne, das blaue und so ein bisschen in den braunen Ton. Von jedem Stoff sind es immer vier. Wir haben fünf Stoffe pro Farbthema. Das wollte die Katrin sagen. Alles gut. Es gibt immer die gleichen Themen halt pro Farbe. Wir haben also fünfmal diese siebenschläfer Maus. Wie sagt man denn? Mama hat mal ganz toll gesagt. Oh, it's a seven sleeper. Weil wir nicht wussten, wie es übersetzt heißt. Egal. Sleepyverse, so nennt sich dieser Stoff mit den kleinen Pilzen und diesen schlafenden Vögeln. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Traum aller Kiddies und so weiter. Die Eichhörnchen. Genau, die Eichhörnchen. Dazu als Passer diese wirklich schöne gelungene Blumengeschichte. Und genau die gibt es dann halt in den verschiedenen Farbthemen. Ja, wir können das ja noch einmal vielleicht so. Einmal Farbthema Braun. Dann Farbthema Blau. Und mein, darf ich einmal gerade mein Favorit zeigen? Ja. Ich hätte gerne mal den hier. Und der natürlich mit den Pilzen. Der Herr Sleepybird. Ja. So rum. So rum. So rum. Ganz, ganz tolle Farbthemen. So. Warum ihr euch das grün? Ja, natürlich. Grün. Grün gehört auch noch mit dazu. Ähm. Der. Stopp. Stopp. Ja. Jetzt zeige ich gleich dazu. Ja. Und zwar. Diese Serie hat den Verkaufsstart am 1. Oktober 2023. Wir starten ein Pre-Sale. Bedeutet, ihr geht auf unseren Online-Shop. Dort geht ihr in die Kategorie Tilda Staffel. Da seht ihr schon dann, ähm, die, ähm, die Hibernation. Und wenn ihr eure Bestellung abgibt, dann habt ihr dort ein Gutschein-Fenster. Und da gibt ihr Tilda 10% ein. Belende ich auch gleich nochmal ein. Tilda 10%. Die letzte Bestellung, die die eingehen würde, am 30.09. um 23.59 Uhr, bekommt auch noch 10%. Ja. Solange der Vorrat reicht. Und einmal auf die gesamte Kollektion. Und jetzt kommt das, was die Mama gerade sagen will. Genau. Es gibt ja noch immer die Beistoffe zu den Serien. Und, äh, wie immer haben wir sie alle. Klar. Ja. Auch wunder, wunder, wunderschön. Das sind einmal die Blätter-Geschichten hier. So kleine, feine. Ähm. Ich komme. Das sind, glaube ich, auch die Eukalyptusblätter, ne? Genau. Richtig. Mhm. Die heißen immer Eukalyptus. Tralalala. Mit der Farbnummer. Ja. Und die sind ja auch ein Träumchen. Ob jetzt als Hintergrund für eure Quilt. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bildvorschläge, ähm, als Border-Geschichten. Also Randgestaltung, ähm, Träumchen. Träumchen. Wir kommen einmal so ein bisschen zu dem Katalog von Tilda. Da kann man ganz toll sehen, äh, dass hier eine wunderschöne Decke gearbeitet worden ist. Ich will schon einmal gerade ein bisschen neugierig machen. Das gibt auf, ähm, Tilda, sag mal gerade, fabrics.com ist das? Tildas World. Ja, ähm, da gibt es Decken, ähm, zum, äh, freien Download. Das heißt, ihr geht auf die Seite, schaut euch das an, zu den verschiedensten Kollektionen, auch schon von den Vorgängerkollektionen. Könnt ihr euch das einfach ausdrucken. Da sind die Anleitungen, die Arbeitsanleitungen dabei. Und sie sind wirklich richtig gut. Toll bebeulert. Ja, genau. Spoiler, spoiler. Ihr seht, es ist wirklich toll. Eine ganz tolle Farbzusammenstattung. Sehr harmonisch, ne? Naja, eben halt so dieses Gemütliche für die Herbst-Winterzeit, wo wir uns am liebsten selber alle so ein bisschen einkuscheln, leckeren Tee in die Hand, irgendein schönes Stückchen Kuchen, wie auch immer. Und, äh, los geht's, ne? Dann kannst du halt kuscheln, träumen, deine Decken, planen. Also, macht euch dran und sichert euch die zehn Prozent. Wir haben ja schon gesagt, jede Kollektion ist immer wieder die schönste, aber diese hier, die ist halt wirklich... Und die Decke möchte ich euch nicht vorenthalten. Also, die Decke macht natürlich, Mama, nachts, dann, wenn alle anderen schlafen. Nein, es ist eine traumhaft tolle Decke. Sie ist natürlich auch wahnsinnig gequiltet, ne? Superschön. Für alle die, die schon im Besitz einer Quiltmaschine sind oder vielleicht sogar eine Longarm-Maschine haben. Einige unserer Kunden gehören ja schon dazu. Macht euch dran, weil, also, Tilderdecken und die halt schön quilten, hm, ist schon toll. Macht Spaß. Wir freuen uns auf unzählige Bestellungen. Gestern abends hat es schon ein bisschen gescheppert bei uns im Onlineshop. Ja, wie gesagt, seid fix, weil, ne? Auch diese Kollektionen sind ja wie alle anderen auch limitiert von der Menge her. Es gibt halt nicht dauernd welche, die wir nachbestellen können. Irgendwann ist halt einfach Ende und das macht sie halt auch so besonders. Denkt euch was Schönes aus. Eure Kollektion, stellt sie zusammen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an. Vielleicht über die WhatsApp-Nummer oder ihr schreibt es in die Kommentare bei YouTube oder schreibt uns über Instagram. Ihr kriegt uns über alle Kanäle. Also, macht euch auf. Wir sind bereit. Vielen Dank und schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Genau. Ciao.